Hallöchen, Popöchen, und da sind wir wieder! Eine neue Runde Rütt, aber was? Hilfe! Die Molochsen haben mich gefangen und verschleppen mich nach! Ha ha ha! Klick, um fortzufahren! Ähm, okay. Oh, großer Häuptling! Ich habe die Molochsen belauscht und erfahren, dass Morgrüte in genau dieser Hütte da festgehalten wird. Ja, natürlich da, wo wir noch keinen Zugang zu haben. Sieh mal eine, äh, wenn haben wir denn da? Los, Jungs, bringen wir diese, erwärmlich nur heute mal, manieren bei. Oh, äh. Molochsen, wir müssen noch ein paar Jahre lang. So, ich muss, wie ich erst freimachen. Äh, hallo? Das hol' ich doch gar nicht. Okay. So, so, so. Die haben alle Kohle. Was ist das denn hier? Pilze? Pilze-Song, oder was? Hilfe von 12, aber... Hallo, bleibt doch mal stehen, die alle! So, die Fanny rennt hier auch schon wieder rufen. Mit anderen Teilen. Ist doch hier, freischalten in Safe, und da haben wir auch wieder was... auch immer... So, unser, übrigens unsere zweite, äh... Ach, ähm... Wir könnten mal, wir könnten mal das Ding hier verbessern. Achso, da brauchen wir erst mal ein bisschen was zu futtern. Ja, yeah. Und, äh... Und, äh... Da pflanzen wir mal eben was schnell hin. Hallo? Hallo. So, dazu brauchen wir 100 Futter. So, verbessern. So, 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 und so. So, 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 so. Wir müssen jetzt, äh, 350 Futter können wir, äh, also essen können wir hier. Beherbergen. Das ist doch schon mal was, äh, jutes. Yo. Du musst einen Geil später. Ja, 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 ja. Kackt mich nicht an. Jetzt kack ich zurück. So, ja. So, auch zurückschicken. Okay. 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 Und wir haben da... ...ne Menge, Menge Fortschritts. Und wir haben da... Häuptling, der Dino können noch mehr Einnahmen für das Dorf erbringen. Dazu muss man ihn zuerst in seiner Höhle verbessern. Verbesserung der Dino-Höhle auf Level 2. Macht den da jetzt hier wieder mein Handygeräusche. Mann, 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 Mann. Stelle einen Stand... Was? Standardgeschäft in der Dino-Höhle. Mist. Können wir jetzt nicht machen, weil... Doch, können wir wohl. Ha, da ein Standardgeschäft. So, scheren wir direkt. Also, teilen wir direkt. Ähm, so. Warte, wie lange hält denn so? Ein Standardgeschäft hält... Na, Mist. So, Einnahme... 450 in... ...ne Stunde. Das ist doch schon mal gut. So, modernes Haus auf Level 4. Da sind wir auch noch dabei. So, und das machen wir auch noch hier. Äh, wir haben kein Holz mehr. Das ist natürlich, äh, traurig. Ich will... Na, ich will doch da dran. Bin ich da jetzt irgendwie dran? Bin ich da... Musst du da irgendwie dran kommen? Na, ich will nicht an die Hütte. Ich will... ...das Zeug hier weg... Na, Alter. Da, yo. Da. Okay, okay. Da. Ah, ja. Yo, da. So, ich muss ja erst mal Fressalien hier machen. So, zack. Zack, Fortschritt. Sammeln fünf Bären, um einen Tank zuzubereiten. Start fünf Lagerfeuer. Wir waren noch Lagerfeuer am Bauen, ne? Das waren wir auch noch am Bauen. Ja, genau. Genau. Hm. Oh, hier noch eins hin. Zack. Das bringt Freude. Oh, Freude. Okay. Okay. Yo. Wie stimmt hier? Ich könnte... Mein Gott. Noch ein bisschen hier irgendwie... Ja, 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 ja. Ist doch gut jetzt hier. Yo. 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 Fälle sieben Bäume, entferne 15 Büsche, grabe drei Schätze aus. Ja. Mit den Schätzen sollten wir auch gleich schon Erfolg haben. Zu laut, ey. Ja, 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 ja. Ausgezeichnet. Du hast einen Erfolg erzielt. Abenteurer. Finde 15 Schätze. Okay. Okay. Stopp. Yo. Da, okay. Zumudeln hier. Okay. 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 Ausgezeichnet, Häuptling. So ist schon viel besser. Welche Gewässer haben wir hier? Ja, mit den Bäumen. Sauber. Kaufe. Nein, wollen wir nicht. Kaufe jetzt. Okay. 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 Yo. Okay. Kaufe jetzt oder sterbe. Nein, wollen wir natürlich nicht. Ähm. Ja, jetzt ist ja. Du hast Erfolg. Landschaftsgestalter. Entferne 90 Büsche erreicht. Ja, super. Ähm. Wie kriege ich den denn jetzt hier? Also, ein bisschen, äh... Du musst nachher versuchen. Ja, 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 ja. Ja. Müssen wir mal eben irgendwie ein bisschen, äh... woanders hinstellen, ne? Einmal ganz kurz, so. Zack, zack. Zack, 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 zack. Das ist nämlich ein bisschen sehr unpraktisch da. Ach, da kommen wir nirgends mit dran, ne? Das ist ein bisschen sehr unpraktisch. Na. Da jetzt. Da. Jetzt. Ha, erwischt. Sehr gekachelt auch, ne? Wenn man das mal so ansieht, ist es sehr gekachelt. Kriege ich aber die Pflanze dann gar nicht erwischt. Das ist echt blöd. Da, jetzt hab ich eine. Da, da, da. Jetzt. Ha! Erwischen alles hier. Fast alles. Na, die kriege ich nicht erreicht. Das ist blöd. Das ist ein bisschen blöd, aber... Gut. So, äh, wir waren hier, äh, auch auf Level 4. Am upgraden, am pushen, äh, ja, ne? Eben sowas. Halt. So, was haben wir denn hier? Die müssen wir retten. Kaufe das Land neben dem Heim des Morlocks. Äh. Mein Dach ist undicht. Ich will ein besseres Haus haben. Verbrechere das Haus auf dem Level 2. Gut, machen wir auch noch. Und komm, wenn wir da einmal bei sind, dann das auch noch. Wie soll ich das denn hier kaufen? Das kann ich bestimmt erweitern. Na, kaufen. Da fehlen uns, äh, noch ein bisschen, äh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Okay. Okay. So, pflanzen und pflanzen und, äh, ja, starten. So. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Ich bin so. Jetzt kann ich die aber nicht wegnehmen. Fällt mir gerade auf. Äh. Das ist natürlich doof. So. Oh, 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 oh. Au. Au, 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 au. Ah, da rennt. Ah, er rennt aber direkt da hin schon. Das ist gut. Das ist gut. Okay. So, ob der die Platten macht. Ja, der macht die Platten. Dring beide. Das ist gut. Vielleicht sollten wir den nachts immer starten. Vielleicht sollten wir den nachts immer starten. Ups, es lackt ein wenig. Ich weiß gar nicht warum. Es lackt ein wenig. Lacki die Lack. Mann. Ein wenig sehr laut. Man hört die Musik fast gar nicht. Doch, da. Scheiße, dass man die Lautschärke gar nicht einstellen kann. Das finde ich ein bisschen sehr, sehr schade. Das finde ich gerade sehr schade. So, ähm... Ich finde vier Spritzen eine Forsthütte. Oder nehmen sie Feinden ab. Ja, haha. Ich würde das ja gerne meinen Feinden abnehmen. Aber... Die, äh... Die geben auch im Augenblick nix. In meiner Forsthütte bin ich ja schon reichlich am, am machen. Sammle fünf Bären. Mit den Lagerfeuern sind wir ja dabei. So, hier vielleicht noch ein... Oder hier. Hier wäre vielleicht noch eine angebrachte Stelle für ein Lagerfeuerchen. So, zack, zack, zack. Kriegen die gute Laune. Ist auch immer gut. Eigentlich. Ähm... Aber irgendwie ist die Musik jetzt sehr leise. Ich traue mich jetzt auch gerade nicht rauszuklicken, weil letztes Mal hatte ich das Problem, dass irgendwie gar nichts mehr angezeigt worden ist, sondern nur einfach grünes Grünbildschirm. War einfach nur noch grün. Einfach nur noch grün. So, äh... Zack, zack, zack. Ah, ja, 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 ja. Fortschritt. Ja, Quest vollendet. Das heißt, wunderbar, wir können, äh, ne, 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 äh... Steinbergwerk da, äh, basteln. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich komme jetzt gerade leider nicht mehr auf den Namen. Äh... Ja. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Das ist die Hauptsache, glaube ich. Ähm... Wo könnte ich denn, äh... Das, äh... Hinbauen? Baue ein... Steinbruch, genau. Steinbruch hieß das Ding. Baue ein Steinbruch. So. Da möchte ich den aber ungerne haben. Da aber auch... Hm... Hier wäre eigentlich ein Steinbruch doch, äh... Recht gut, äh... Glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht, der da gut ist, aber... Das sehen wir ja dann. So. Oh. Na. Da. So. Und da nochmal. Da haben wir jetzt ein bisschen Essen verplempert, aber... Mein Gott. So. Ähm... Jetzt aber. Bauer ein Steinbruch. So. Äh... Da unten ist er. Wir wollen ihn gerne hier so haben. Ähm... So, ne? Zack. Kann man eigentlich noch gleich nachher Wege bauen, vielleicht. Einfach so drumrum oder so. Ich weiß es noch nicht. Das... Das schauen wir uns nachher einfach an und dann... Schauen wir einfach mal... Wie wir da weiter verfahren. 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 So. Da machen wir auch nochmal ganz kurz eben hier... Lalalala. Ja, C. Oh. Da, da, da. Hm. So. Was... Bringt uns denn hier noch irgendwas? Verbessere die Forsthütte... Auf Level 4. Verbessere den Steinbruch auf Level 3. Okay. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr genug Nahrung. Das ist doch immer wieder selber. Das ist doch... Ach so, die ist schon auf Level 4. Okay, dann können wir doch hier nochmal ein Geschäftchen machen mit denen. Und... Ja. Holz auch 350. Das ist schön. So, was kostet uns das Essen denn hier? Erweitern. Kaufen. Gar nichts, ne? Dauert nur 6 Stunden. 6 Stunden! Alter! Puh. Wir sind schon ziemlich pleite wieder. Das heißt, ich müsste vielleicht noch ein bisschen im Offscreen spielen demnächst. Hm. Häuptling, du kannst unvollständig oder arbeiten im Bauten nicht versetzen oder abreißen. Hatte ich auch nicht vor. Hatte ich bei weitem auch nicht vor. Hm. Der ist glücklich. Hier, du könntest damit eigentlich noch ein bisschen Futter machen. Was? Da auch mit? Da mit, ne? Oder? Da kriegen die auch mit Futter, oder? Ah, ne. Nicht wirklich. Hm. An dem Strauch komme ich nicht ran. Das ist das Blöde. Und dafür brauchen wir mindestens 50 Essen, um den fetten Baum hier abzuweisen. Dauert auch eine Stunde. Aber vielleicht kriegen wir das ja jetzt hin. Then... Bam, 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 bam. Jaaaaa. Dö, dö. Häuptling, okay. Einem Baum fällen. Soooo. Dann würde ich sagen, pflanzen wir hier die fetten Pflanzen noch mal an für eine Stunde. die brauchen ja auch noch eine stunde um dann level abzumachen so fehlen uns natürlich 300 futter und drei arbeiter das ist natürlich eine wonne so drei moderne verbessert auf level 3 verbesserungslevel 4 will die haben haben wir doch eigentlich oder den haben wir noch nicht auf level 4 ach so die haben wir noch gar nicht hier hängen wir denn so weit hinterher das ist aber das ist aber ärgerlich das ist aber ärgerlich so den starten wir auch noch mal für eine stunde hier so zack zack ich dachte der braucht eine stunde 100 zu reißen hier so dazu fehlt ja folgendes essen es kostet so viel essen kostet so viel essen da machen wir mal ganz kurz hier ja 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 ich hab's gesehen ich seid schon wieder im unger streik da haben wir aber zu fetten so kommen wir nun mal futtern was hier zu blöde kuh so wie lange braucht der bau da der woche echt das braucht ja zwei stunden zwei stunden auch der das gibt es gibt so nicht alter hier kommt man ja echte unheimlich weiter nämlich gar nicht aber der nachteil weil ich jetzt auf lautlos habt dann hört man nichts kriegt man gar nicht mit dafür kriegen wir 115 holz langfristiges geschäft wie viele arbeiter haben wir denn noch wir haben da noch zwei arbeiter ja komm drauf geschissen dann haben wir wenigstens zwei stunden lang hier ruhe ein arbeiter brauchen 60 wie soll ich denn an 60 essen noch mal kommen wie viel gibt der mir er hat er 15 nee das hat er das bringt doch gar nichts oder man 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 da können wir höchstens hier erstmal wie sachen hier weiter weg arbeiten sag ich mal Flopp, 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 flopp. Die kann er hier wunderbar... Können wir das Essen nämlich verbraten, sag ich mal. Ist ja nicht so schlimm. Also halte ich nicht für so schlimm. Ja, 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 ja. So, Holz müssten wir auch gleich genug haben eigentlich. Zack, zack, zack. Ja, Holz haben wir genug. Ach, ich hab noch zwei Essen. Das ist ja ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Da hätten wir noch was essen. Ein, aber wir haben nichts mehr. Was kostet das denn kaufen? Was kostet uns denn Essen, wenn wir was kaufen? Was? Das kostet so viel. Die haben noch echt einen Lattenschuss. Sehr gut, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Das kann ich ja verstehen. Mann, Mann, Mann. Wie kriegen wir denn hier nach und nach alles frei? Das finde drei goldene Fischschuppen in Dinos Höhle. Ja, für Dinos Höhle brauchen wir aber schon wieder 40. Mann, da hätte ich ja vielleicht nochmal einen reinschicken sollen. Mensch. Na. So, aber wir könnten ja mal eben hier so ein paar Leute besuchen. Das wäre einmal die Fä... Ja, danke. Ich will nicht. Meld dich. Nein, will ich auch nicht. Ach, jetzt habe ich auf einmal Musik. Das ist doch ein Träumchen. Das ist doch ein Träumchen. So, da können wir nämlich der Fäne noch ein bisschen helfen. Hilf dir selber. Und vor allen Dingen mir. Zack, zack, zack. So, da haben wir noch jemanden. Der gibt Essen. Na. Hallo. Hallo. Ich hasse es, wenn es immer so auf Minimum geht. Ich hasse es. So. Da auch noch. Und da noch. Flup, 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 flup. So, da können wir jetzt nicht mehr helfen. Zack, zack, zack. Da haben wir... Nein, den Save wollen wir natürlich nicht. Dann helfen wir hier noch nochmal weiter. Ja, Anfrage senden. Bla, bla, bla. Super. So. So, der hat sogar zwei Dino. Häuschen. Der ist auch, glaube ich, auch viel weiter vom Level her. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wo sieht man den denn? Ist das Level 7 oder 20? 20, ne? Ähm. Weiß ich gar nicht, was das heißt. So. Heißt das jetzt, jetzt haben wir noch ein bisschen Fressalien? Heißt das das? So. Wem können wir denn noch helfen? Wer gibt's denn noch ein bisschen Essen? Gibt hier keiner mehr Essen? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was sagt der Jum, Jumola? Warum kann ich bei dem eigentlich sofort reingehen? Häuptling, das ist deine Belohnung dafür, dass du deinen Freunden geholfen hast. 18 Stein. Glaube ich, dass Stein ist. Flupp. Hier. Können auch Rucksäcke sein. Ich weiß es nicht. So. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber das geht. Das geht. Achso, jetzt kann ich gar nicht mehr helfen. So, ähm. Holz haben wir eigentlich genug. Ich brauch mehr Fressalien. Warum brauchen die denn alle Stein? Ah, ich hasse es, dass es immer auf Minimum geht. Ich hasse es hier. Ich mein, ich hab nichts zu verbergen. Aber nervig ist es trotzdem einfach. Hm, zack, 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 zack. Aber ich hatte ja angekündigt, dass ich auch so ein paar Browserspiele hier mal auch hin und wieder dann vorstellen möchte und ein bisschen bespielen möchte. Von daher, beziehungsweise Browsergames sind es ja jetzt nicht unbedingt, aber, äh. Hallo? Hallo? Ist mir der Browser abgekackt? Nein, doch nicht. So, ich kann, glaube ich, aber nichts mehr machen. Mh, nein, wir haben keine Flügel mehr. Oh, ist das, äh, das ist aber schade. So, jetzt wird er nicht kleiner. Das, äh, gibt mir dann zu denken. So, jetzt haben wir 76 Essen. Das ist, äh, das ist schon mal was. Das ist schon mal was. So, äh, hier pflanzen wir auch wieder was. Ähm, was hielt ich denn jetzt für, ähm, erkunden? So, jetzt haben wir natürlich keinen mehr. Aber wir haben auch kein Essen mehr, von daher ist das eigentlich drittegal. Ähm, boah, sechs, sechs Diamanten oder, ja doch, Diamanten. Oder Rubin, wollte ich gerade sagen. Diamanten kostet es auf jeden Fall, wenn man den Mais schon fertig haben möchte. Mann, Mann, Mann. Wir haben gerade mal neun Diamanten. Ich habe ja einige weggegeben. Ja, 1,99 kosten sechs. Aha, aha, aha. Ja, Gold, äh, lassen die sich natürlich auch nochmal ordentlich bezahlen. Ach, ich habe, ja, ich habe natürlich keinen, äh, Mitarbeiter mehr frei. Bitte um Nachbarn, um eine, um, um Hilfe. Ja, dann, äh, ja, puh, äh, ich klicke einfach mal wild und froh hier rum. Ähm, ja, ich glaube, das Spiel, äh, Ähm, wieso kann ich denn bestimmte nicht anklicken und andere wieder rum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe, ja, Anfragen senden. Also, ich mache mich echt beliebt bei meinen, äh, bei denen, äh, wie ich in der Freundesliste eingetragen bin. Ich, äh, mache mich auf jeden Fall beliebt, würde ich sagen. So, liebe Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Äh, tschüssi und, äh, bis zum nächsten Mal. Wir gucken nochmal eben ganz kurz. Einfach, Moment, nochmal. Ja, 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 ist, äh, ist, äh. Tschüssi.